recht herzlich willkommen zur 95 folge von city skylines ja wir wollen uns den müll annehmen wie wir letztes mal hier gesehen haben schon wieder ein frosch im hals so was ich mir gedacht habe ist dass das wäre das hier auf diesem stück hier noch mal neu anfangen in anführungsstrichen neu und da ist meine idee halt das hier hinzusetzen der bühne straße natürlich haben noch mal gucken dass wir das irgendwie so hinkriegen und ich möchte gerne dass das so ist dass jede deponie mit einer straße umgeben ist sozusagen so dafür brauchen wir so eine einfache straße erst mal hier machen die da lang jetzt mal so müsste das gehen und dann holen wir uns die mülldeponie daran so und jetzt kommt wieder eine straße die hier neben ist so das fruchtet nicht keine ahnung warum das nicht geht so mal gucken warte mal wir machen das erstmal mit der anderen mülldeponie so dass wir die der gegenüber setzen so und dann können wir auf jeden fall hier auch noch eine machen da kommen wir das klappt nicht ganz aber das jetzt auch nicht bild so das bedeutet drei kästchen dazwischen freizuhalten können wir die ja schon setzen so und da müssen jetzt straßen zwischen her okay das wäre jetzt die rückseite so das sind warte mal müsste ich zählen 488 kästchen braucht eine straße das weiß ich noch nicht wie viel acht kästchen sind aber das ist egal wir können die erstmal so lang ziehen und das sind jetzt 2468 das würde bedeuten also wir müssen das erst ausschalten naja 26 das würde bedeuten hier so und von da nach da und dann würde es so sein dass man hier eine straße setzt geht nicht das geht auf jeden fall aber irgendwie will er immer nur bis zu dieser kreuzung so jetzt die müllabfröder noch mal hin so 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 und so da geht so da geht so da geht so jetzt haben wir natürlich wie ich sehe schon reichlich an an geld wieder im minus hier nur wieder aufpassen dass sie uns ein zuch und da immer rübergemussten auch schön gut geklappt das müssen wir hier irgendwo anschließen da machen wir jetzt hoch wurde man muss ich weiß nicht ob das so reichen würde ich würde jetzt einfach so machen aber die straße ist schief kann das sein kommt die erstmal dahin gerade mal gedreht von dem da drüben aussieht eigentlich relativ gerade aus aber hier ist es schief so und dann haben wir das so lang ziehen dass es nicht das will er nicht so und siehe da straßen anwendung ist da und die lkw fahren alle los sie haben ziel so dann würde ich aber sagen wenn wir schon so weit sind machen das gleiche hier noch geht das funktioniert nicht einfach aus dem runde die straße da schon schäbig ist berger ausgeholt genau das stückchen weg und dann noch erneut falsche richtung wandert und da wieder runter dann machen wir da hin und dann erstmal nach da rechts verbinden könnte man hier auch die straße anbieten würde rein theoretisch wohl gehen oder wie sehe ich das so und siehe da die lkw ist man auch von dieser seite da rein so ist jetzt nur die frage ob sich irgendwas entzerrt hier jetzt gerade nicht weil die da alle rein und raus wollen autobahn ist auch noch stau und auch so lange wie vorher auch aber wir haben natürlich diese lkw ist jetzt auch mehr hinzugemacht so ok so anderen seite sollte hier das mit dem müll das weniger das problem werden wir haben auch grüne zahl da unten stehen wir sind aber noch nur noch müll probleme da können wir erstmal wieder häuser abreißen und dem fehlen jetzt die arbeiter hier der war der falsche das passte das ist ok jetzt hier aber müll ist weniger glaube es ist zwar noch ein müll problem da aber nicht mehr weh das ist auch weg sieht es hier schon ganz gut aus hier auch da sind welche ich glaube jetzt haben wir den müll auch ein bisschen in den griff gekriegt kann das sein wo ist der das ist der nö da ist doch der egal die werden wieder sich ansiedeln da ist nichts mehr dann müssen wir hier rüber sind noch welche da oben ist noch was so gut alles prima ja sieht relativ sauber aus jetzt gerade ok sonder geht wieder auf alles ist gut wir verdienen mehr geld wir kriegen mehr leute ja da wird es positiv will ich hoffen jetzt muss ich mal gerade an meinen ausgangsort hier hin und den passend drehen so das ist unsere rund ansicht ne noch ein paar bagger der noch weg und ich glaube der gut läuft so bagger wieder aus müll probleme haben wir gebändigt eigentlich gucken wir gerade noch wobei hier ist noch was 37 prozent voll das sind jetzt nur noch friedhöfe hier ist noch was und da oben ist noch was wird aber alles noch geleert hier ist noch einer das wird aber alles weniger man sieht das an den flecken schon drum rum oh guck den kann man schon verschieben dann verschieben wir den da hinten hin und geht nicht hier hin ne habe ich mir gedacht da hinten ans ende geht einer schade ne aber okay ist halt so dann können aber vielleicht müllverbrennungsanlagen hin vielleicht klappt das damit dann ja so den hatten wir geguckt da hinten das war auch weg das ist noch eine 53 prozent hier unten war noch eine Reihe ne wo ist sie da ist sie keiner von leer tschuldigung tschuldigung so hier sind noch zwei aber alles leert sich hier noch das wird wohl werden mit der zeit hier ist natürlich ziemlich viel dreck den wir da wegschicken ne können wir da was machen da haben wir schon ewig oder sogar vielleicht noch nie reingeguckt ne ausgaben ja es ist positiv im laufen okay das sehen wir aber wasserreinigung das wäre ja noch interessanter jetzt ne also aufbereitungsanlagen müssen wir da mehr machen das abwasserrohr vielleicht sollten wir dann ganz einfach hier mal austauschen oder austauschen nicht sondern aufbereitungsanlage machen und verbunden werden wollen die noch kann ich die dann dann abbauen oder hm wasser aufbereitungsanlage ein großteil des abwassers pur ist übrigens wassergebiet leitet abflussrate ah das sind also abflussraten okay das bedeutet die müsste ich dann abreißen können ne zock 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 und da können wir dann noch eine abwasseranlage hin bauen ne gut jetzt müssen wir mal gucken haben wir hier denn noch abflusser normales abwasser nein ne doch hier oben abwasserrohre da kommt es weg kriegen wir hier denn noch abwasserrohre hin na oder abwasseranlagen guck mal da geht doch noch ordentlich was hin ne zack zack und dann können wir die weg machen auch ne und da bauen wir dann so eine hin ist das angeschlossen oder nicht angeschlossen ist angeschlossen und das ist frischwasser glaubt oder das kann ich da draufklicken dann geht es aus ja ja so jetzt müsste das auf dauer dann auch nicht mehr so ne würde ich hoffen gut steht hier 3000 aber irgendwie ach so wir haben was gekauft genau deswegen alles klar das geht ja dann noch gut gut kurz nochmal über den mülldeponien geguckt hier hier waren welche die leeren sich alle die auch noch die ist leer kommt woanders hin ja da würde ich gerne eine hinbauen gerade aber das wollte ich dann auch noch irgendwann mal umbauen wenn die leeren weg sind dann machen wir das gut das mit dem müllproblem läuft aber gerade erstmal gut hier hat man eine weggezogen da ist noch eine da ist auch noch eine diese war noch da die waren noch da hier unten waren noch zwei die sind auch noch da oben beim windrad war noch eine hier ist noch und da ist auch noch was damit der das redet auch okay und da oben sind auch noch die drei gut die kriegen aber auch auf dauer los gut aber ich würde sagen für die folge soll es auch erst wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss